Servus, ich bin der Felix von Altin Lorca. Ich möchte euch heute unser neues Tunnelzelt vorstellen. Ein super leichtes, unter 2 Kilo, instabiles, wasserrichtes Zelt. Ideal für Trekkingtouren, lange Wandertouren, auch für Fahrradtouren geeignet, mit Vorzelt für das Gepäck, Schlafraum für drei Personen, Bodenmatte, hält das Zelt lange, von Steinen geschützt. Wir verwenden hier ein spezielles Riebstock Nylon, der super leicht ist und robust. Wer ein Zelt sucht, ein leichtes, ein geräumiges, mit viel Platz, man kann auch hier kochen bei schlechtem Wetter, ist ja ideal für Trekkingabenteuer. Verwender